Ja. Äh, hier geht's rum. Treasure Caves, da kann man wieder fahren, Gott sei Dank. Im Auto. Gott sei Dank. Get ready! Go! Kuh! Boah ey, lass mich zu den Bananen penner. Klaut mir doch die Items, dann miss alles, okay. Didi getroffen. Wecker nicht, Didi. Pipsy ist so ein bisschen zu schön, ne? Sie ist zwar nicht die schnellste, aber am besten zu lenken. Na la la. Lala la lala. Lala 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 lala. Lala 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 lala. Lala 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 lala. Oh, erlicht mal ne Runde, die mich mit Schild spielen kann. So, jetzt kommt schon der erste Boss, der erste scheiß Krake. Ja. Ich bin erwischt froh, dass das Walrus so schnell ging. Bin ich sehr froh. Im zweiten Mal schon geschafft. Das habe ich auch nicht alle Tage. Das habe ich eigentlich nie. Hoffentlich kannst du bei der Krake auch mal das sehr schön Wunsch denken. Ja, ja. Mach mal. Lass mal sehen. Leg mal deine Minen vor die Nase. Dann gib es auf deine acht Tentakel, ey. Schiedet auch gar nicht, ne? Joa, dachte ich mir schon. Aber dich einzuholen ist nicht mehr das Problem. Das war ein zweites Schwimmer. Hätte ich ein paar bessere Hover-Fähigkeiten, wäre ich auch besser. Gibt erstmal eine, ne? Ist gechillt auf deine, wie schon gesagt, acht Tentakel. Springen wir mal da rüber. Und fahr nicht gerade da rein. Und überhol dich mal. So. Mal schauen, ob ich's schaffe. Falls du auf dumme Ideen kommst, was ich jetzt nicht mehr glaube. Sieht gut aus für mich. Ja, sieht gut aus. Falls du auf blöde Ideen kommst, hab ich noch was für dich, ne? Zieh dich mir schön auf. Oh, das sieht ganz easy peasy aus, ja. Gechillt, yeah. Bin ich nicht gut. Yeah. Noch hast du nicht gecheatet, ne? Doch am Start wieder zu schnü. Losgegangen, losge... Losgeschwommen, geschwommen. Ja, das wird nicht einfach. Das wird überhaupt nicht einfach. Das wird richtig angepisst. Das ist schwer. Ja. Well, babe. Ja, da fängt's ja schon an. Gut, gut. Da ist schon mal eine. Ja, da komm ich da immer nicht dran, weil die da nerven müssen, ne? Das ist die zweite, da ist die dritte. Das ist gleich die vierte. Ne, das muss irgendwo auch noch eine sein. Yep. Ja, die, die tun weiter. Das ist auch noch eine. Wenn du mich jetzt wieder davon abbildst, den müssen sie einzusammenen, dann gibt's was. So. Go for it! Cheetah-affe. Gleich. Ich komm auch wieder besser rein, glaub ich. Ich sag, ich glaub, ich weiß es nicht. Ja, nicht ganz so gut. Man braucht kein Speed mehr. Schaut mal, ohne. Yay, gewonnen. Tadah. Tadah. The winner is Pipsy. Good. That was EZE. Easy, easy, easy. Easy, ne. Easy is wer anders. Silver Queen Challenge! Oh, mein Rücken! Get ready! Gut gedrückt, Pipsy! Hier sind die Münzen auch blöd! Zumindest ein paar! Lass mich gar nicht durch! Treffer! Tun wir! Münzen her! Münzen her! Ich wusste, ich bin da nur nicht los! Das war mir ja klar! Na ja, genau! Jetzt hab ich die Münzen schon mal was wert! Hä? Irgendwie? Äh, ja! Wir fehlen irgendwie noch vier! Da vorne ist eine in dir! Da vorne ist eine in dir! Hä? Da ist eine! Okay! Es kann gut sein, dass ich das Rennen nochmal wiederholen muss, dass da ich nicht alle Münzen finde! Das ist verdammt gut möglich! Lacht der blöde Affen oder so? Da ist eine! Da ist eine! Ich hab's wissen müssen! Okay! Könnte ich schaffen! So, die letzte ist da hinten! Okay! Okay! Wir hätten das hoffen! Pipsi freut sich! Ja! 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 Es war riskant, dann noch zu bremsen, sonst hätte ich die Münze nicht erwischt! Halt dir die Klappe jetzt mal! Ehrlich, du nervst! So, wo ist das nächste? Wer will ever? Wieder so'n... Ja... Hauber rennen! Oder... Ich bin immer froh, wenn ich's hinter mir habe mit den Münzen! Das ist einfach nur nervig! Get ready! Genau! Wieder nicht gedrückt! Da hinten! Didi! Fahr doch! Pipsi, gib Gas! Da vorn ist einer weg! Gib bitte Gas, sonst wird das nix! So ein scheißen Dreck! Bäh-di-di-di Päh-di-di 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 Da, das letzte! Thank you! Wenn er denn erwischt ja mal is den zweiten! Komm, komm, ja Mieze! Du dämlich so! Scheiße, das habe ich nicht. Doch! Yes! Ja, schießt du nur. Trieb mich überhaupt nicht. Die Klappe! Guck mal, jetzt rennen wir auch schon vier. Dann habe ich sehr viel geschafft. Ohne einmal zu failen. Wo ist es jetzt? Da. Treasure Caves. Könnte ich, müsste ich schaffen. Dass ich immer zu spät drücke. Das geht gar nicht. Oh, oh, oh. Na, legen wir jetzt. Oh. Oh. Yes. Didi, du nervst. So, fehlen zwei Münzen. So, fehlen zwei Münzen. Das müsste machbar sein. Da, 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 da. Da, da, da. Ich krieg' sie nicht. Ich werd sie kannst ab... Bäh! Der Mutz da! Das hab ich euch alle! Yehie! Yehie! Jessie ist back im Spiel! Gute Sache! Yehie! Fresse, Junge! Jetzt geht's zum zweiten Kragenboss! Oh Gott! Vor dem mach ich einen Cut! Bis doch!